Krasse Sängerin, Digga. Es ist halt jetzt wieder Geschmackssache, so. Ich muss dazu sagen, Samra ist an sich ein cooler Künstler. Und auch alle, die jetzt hier Müll reinschreiben und Chöp reinschreiben, ihr wisst das selber. Samra ist ein guter Künstler an sich, aber diese Stimmlage, so dieses Das ist nicht so ansprechend für mich. Er muss sich dazu sagen. Aber an sich ist er ein sehr, sehr starker Künstler. Nuri spontan with five gifted subs. Five gifted, ich küsse dein Herz, Nuri. Lyrisch war es jetzt auch nicht so, aber wir hören mal kurz weiter. Nuri, ich küsse dein Herz, ich liebe diese Musik-Sessions, ich liebe dich, Nuri. Kurdo, wow, Digga. Kurdo, heftig. Angie Kurdo, schockgiesell, Digga. Die Blick auf mich haben sich so krass verändert. Jeder will ein Teil, aber ja, du kannst das. Bucht Quatimamba, Bucht Quatimamba. Und guck mal, Chet. Diese Musikreaction, die ich hier mache, wurde ich waller komplett objektiv, als ob ich mir jetzt eine Lune privat anhöre. Also, sie ist krass. Lune ist krank, 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 krank. Aber ich bin halt nicht auf diesen Liebesfilm-Trip so, weißt du? Aber Lune ist unnormal krass. Sage ich euch. Sie ist unnormal krank. Also, so. Ich werde es trotzdem einfach so bewerten, wie es ist. Also, wie ich es empfinde, was die Musik angeht, ja. Geile Line. Bojan geschrieben? Nein, 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 nein. Nein, nein. Wenn es Bojan geschrieben hätte, dann wären so ein paar Nomenreihe mit drin, so ein paar ästhetische Wörter. Das hat nicht Bojan geschrieben. Der Part war nicht schlecht, aber nein, nein, der Part war okay, der war gut. Aber Bojan ist nochmal eine Stufe drüber, Digga. Meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach. Du bleibst und sich gar nichts ändert. Mein Leben mit Detail, aber ja, du kennst das. Ja, du kennst das. Ja, ich kenn das. Ja, ich kenn das. Die Bicke auf mich haben sich so krass verändert. Jeder will erzählen, aber ja, du kennst das. Ja, du kennst das. Okay, zum Beispiel Joule. Kennt ihr Joule aus Frankreich? Der macht gefühlt seit zehn Jahren einen oder denselben Song. Er bringt jeden Tag denselben Song raus. Jeden Tag. Aber die Leute feiern es. Weißt du? Er bringt nur denselben Song raus, aber die Leute feiern es. Weißt du? Entweder man feiert Samra oder man feiert ihn nicht. So, ja. Ist, wie es ist. Ich lege wach und denke, wie war alles nah. Pourquoi die man war? Pourquoi die man war? Es ist zu spät in der Nacht. Und wie immer gehst du nicht ran. Hab ich einen Fehler gemacht. Jetzt erzähl, was du hast. Warum gehst du nicht ran? Einmal, ich hab Joule sein Album gehört. Ich hör so gern und ich denk mir, alle Waller. Hab ich diese wiederholen Einstellungen? Auf Kenntet ihr, wenn Spotify dieses Lied wiederholt sich die ganze Zeit? Hab ich diese wiederholt? Ich guck einfach das ganze Album, ist gleich gesungen. Einfach jedes andere Song ist gleich. Aber so ist es, wie es ist, Digga. Sammy, danke schön für zehn Monate. Und Sannis Kebab, danke schön für drei, Digga. Ganz, ganz wichtig. So, Chat. Nächster Song. Payel und Luciano. Payel, Luciano. Zehn von...